Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Es geht um Grillwegen. Wir sprechen zum einen über den Hersteller Landmann und insbesondere über den Landmann-Gas Grillwagen Triton 2.0. Herzlich Willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Das Gehäuse ist aus Edelstahl und der Fettauffangbehälter lässt sich herausnehmen, wobei er trotzdem einen stabilen und robusten Aufbau mit sich bringt. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du ganz übersichtlich in der Infobox. Hier findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebot Zeitraum ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall. Weiterhin viel Spaß mit dem Video. Auf vier Rollen steht er fest und besitzt einen Unterschrank, der von allen Seiten geschlossen werden kann. Landmann ist im Bereich des Gargrills einer der Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von Bremen und besteht seit mehr als über 50 Jahren in Produktion von Grills und Zubehör. Des Weiteren ist er platzsparend und mit einem ausschlapparen Seitentisch bietet er genug Abschnittfläche mit seinen gebürsteten Edelstahlkomponenten. Das bringt nicht nur ein gutes Aussehen, sondern ist auch leicht in der Reinigung. Wer bereits einen solchen Besitz, weiß, wie mühsam eine solche Reinigung sein kann. Zumindest, wenn man auf Hygiene und Sauberkeit achtet. Wir haben zudem einen Preisscheck gemacht. Das Ergebnis befindet sich in der Videobeschreibung unter dem Video. Der Preis kann sich stetig ändern, es heißt also schnell sein. Mit dem im Deckel integrierten Grillthermometer lässt sich das Direkt- und Indirektgrillen perfekt bewerkstelligen. Bis zu 11 kg Gasflaschen lassen sich im Unterschrank verstauen. Auch 8 und 5 kg Flaschen kann man leicht wegpacken. Mit bereits vormutierten Gasschlauch und Druckminderer braucht man mit dem Landmann-Grill nur noch auf die Gasflasche zu schrauben. Aus dem Brenner sieht man eine komplette blaue Flamme. Das bedeutet eine saubere Verbrennung von Gas und ist ideal für den hervorragenden Gasflug. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.